Wir landen, wir landen, wir landen, wir landen! Die Welt der Welt sind die Welt, die sich in den Böden zu erinnern. Es ist Bonaparte, 22 Jahre alt, die diese Phrase erinnert. Zweig später, Macron hat ihn erinnert. Er hat sich in drei Jahren, von quasi anonymem, an die Präsidentschaft der Republik. Und trotzdem, niemand erinnert. Die Politik s'est exprimé, progressiste, social et libéral en même temps, mais l'homme reste une énigme. Derrière le storytelling officiel, quelle est la véritable personnalité de celui qui va diriger la France ? Enquête sur un météore devenu président.